Hallo, mit diesem Video wollte ich kurz erklären was du hier findest und wer ich bin. Also, bin ich ein gut aussehender, intelligenter, cleverer Junge? Hätte ich gerne. Bin ich denn ein Nerd mit geilen PC? Lautet meine Freundin ein bisschen. Auf jeden Fall bin ich ein Meme-Typ. Dabei muss ich sagen, dass ich ein PC Master Race-Typ bin, aber so Meme-Version. Das heißt, mein PC ist gar nicht golden oder glorious, sondern wie ein Meme. Ich hoffe, das was du jetzt gehört hast bringt dich mein Zuschauer zu bleiben. Also danke und bis nächstes Mal. Und ja, ich bin Pole.